Musik Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute vergleichen wir einmal die schon etwas ältere Canon EOS 60D mit der neuen 650D. Die sind preislich jetzt nicht mehr ganz so unterschiedlich und deshalb sind viele am überlegen, ob sie sich nicht lieber die 60D anstatt der 650D kaufen, da diese ja dann nochmal ein Stück besser sein soll. Der größte Unterschied der beiden Kameras ist zunächst einmal das Gewicht, welches bei der 60D wesentlich größer ist als bei der 650D. Die 60D ist zudem auch noch vom Body her etwas größer, das heißt aber auch, dass sie sich besser anfassen lässt. Auf der Rückseite sind beide Kameras eigentlich relativ gleich, sie haben auch zum Beispiel beide den ausklappbaren Bildschirm zum Betrachten von Fotos oder zum Aufnehmen von Videos. Bei der 60D hat man noch ein paar andere Elemente auf der Rückseite, aber viel unterscheidet sich da auch nicht. Einen großen Unterschied der beiden Kameras gibt es bei der Griffigkeit, vor allen Dingen am Griff selbst. Bei der 650D ist der Griff relativ schmal, das heißt er ist eigentlich eher für kleinere Hände gedacht, währenddessen der Griff der 60D wirklich sehr sehr angenehm ist. Man kann da richtig drum fassen, man kann die Kamera richtig festhalten, er ist nicht nur länger nach vorne raus, sondern auch breiter und hat so eine kleine Mulde, die das eben angenehmer zum Halten machen. Dazu kommt aber auch noch das Gewicht der Kamera, welches auch dieses etwas größere Griffchen benötigen. Dass die 60D umso einiges dicker ist, liegt vor allen Dingen daran, dass sie obendrauf nochmal einen kleinen, sogar beleuchteten LCD-Bildschirm hat, wo man alle Einstellungen tätigen kann, das heißt man muss noch nicht mal auf den großen Bildschirm auf der Rückseite gucken. Man hat alle Tasten dafür obendrauf, es ist auch alles auf dem kleinen Display angegeben. Bei der 650D hat man alles auf dem großen Bildschirm auf der Rückseite und kann praktisch nur über den ISO-Knopf obendrauf Einstellungen tätigen. Man kann natürlich auch über verschiedene Tastenkombinationen auch die anderen Blendeneinstellungen, Verschlusszeit und so weiter anwählen, aber die 60D ist dann auch um einiges komfortabler und man kann da schneller die Einstellungen machen. Außerdem hat die 60D ein kleines Drehrad, mit dem man schnell durch Bilder scrollen kann und auch ein kleines Pad, mit dem man die Bilder ganz einfach angucken kann hinterher. Das ist relativ komfortabel, aber im Gegenzug hat die 650D ja noch ihren Touchscreen, der ist dann doch nochmal um einiges besser. Die beiden Kameras haben inzwischen auch dieselben Schnittstellen, das war zwar bei der 600D auch schon so, aber softwaremäßig ist bei der 650D jetzt sozusagen dasselbe wie bei der 60D mit drin. Vielleicht sind auch noch ein paar mehr Einstellungen, das Menü gefällt mir bei der 650D auf jeden Fall besser, da das auch auf die Touchscreen-Bedienung optimiert wurde. Außerdem hat die 650D drei neue Foto-Modi, das ist einmal das HDR-Bild, die Nachtaufnahmen ohne Stativ und das Nachtportrait. Die sind eher für Anfänger ohne Photoshop geeignet, machen aber meiner Meinung nach wirklich grandiose Bilder. Wo wir schon bei Bildern sind, lässt sich sagen, dass die Bildqualität der beiden Kameras so ziemlich dieselbe ist. Die 60D hat etwas weniger Rauschen, das sollte man vielleicht beachten, dennoch Video-Fotos sind so ziemlich dasselbe. Also die 60D ist definitiv inzwischen nur für Leute gedacht, die eher schnell Einstellungen an der Kamera selbst tätigen wollen, beziehungsweise schnell irgendwelche Fotos machen wollen, ohne im Automatikmodus zu sein. Die 650D lässt sich auch sehr gut bedienen durch ihren Touchscreen, vielleicht wird das damit so ein bisschen aufgehoben, dennoch ist die 60D für Leute, die nicht unbedingt damit rumrennen wollen, weil sie ja auch etwas schwerer ist. Als Fazit bleibt mir zu sagen, als Normalverbraucher würde ich definitiv die CanEOS 650D vorziehen, weil sie erstens kleiner ist und inzwischen sogar mehr Funktionen hat. Dann bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mich gerne abonnieren, gerne einen Daumen hoch geben, schreibt doch mal bitte in die Kommentare, was ihr denkt, was so die bessere Kamera ist, würde mich auch mal interessieren und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao!